Wer bist du? Hallo, ich bin Nilei Zuezwenski, Schweizer Rapper. Was denkst du über die Schweizer Rap-Szene? Ich denke, die Schweizer Rap-Szene hat noch sehr viel Potenzial zu wachsen und grösser zu werden. Denn in Deutschland ist Rap der Mainstream und in der Schweiz habe ich das Gefühl, dass es immer noch nicht so ganz ankommt. Obwohl viele Schweizer auch Rap hören, aber so wirklich Schweizer Rap ist immer noch nicht so ganz ankommt. Darum habe ich das Gefühl, es ist noch sehr viel Potenzial da, um wachsen und neue, nice Artists kennenzulernen. Wie bereitest du dich auf den Auftritt vor? Ich habe das Gefühl, je mehr ich werde versuchen, mich fortzubereiten, desto mehr verkacke ich es. Nur ich habe das Gefühl, dass ich selber bleiben und das Beste zu geben. Vielleicht meine Energie ein bisschen besser einteilen als heute. Ich habe heute alles gegeben von Anfang an und habe dann gemerkt, dass die Energie nicht mehr so da war. Vielleicht im Hallenstadion etwas besser einteilen, aber sonst, gross vorbereiten kann man sich da nicht. Ich habe das Gefühl, es wird nicht mehr so schön, aber weiter als du schluchst. Also ist das Gefühl, ich habe das Gefühl, es ist ein Achtung zu verabschiedeln. Es ist ein Achtung zu verabschiedeln, aus dem Fokus.